Viel ist bereits über das »Sommerhaus der Stars« 2023 verbreitet worden. Jetzt äußert sich die nächste Kandidatin. Besonders Valentina Doronina, 23, und ihr Verlobter Ken Kaplan, 27, haben sich bereits ausführlich zum großen Streit im »Sommerhaus der Stars« geäußert. Immer wieder ließen sie ihre Follower auf Instagram wissen, dass es während der Dreharbeiten zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Angeblich war nach Rücker Gigi Birufio, 24, involviert. Inzwischen äußern sich immer mehr andere Kandidat, innen zu den Geschehnissen. Nach Verkündung des offiziellen Starttermins der achten Staffel sprach auch »Temptation Island VIP«, Verführerin Vanessa Envatu, 22, die mit Alex Petrovic, 32, teilnahm, auf Instagram über die Zeit in Bocholt. Sie scheint eine Eskalation zu bestätigen. Es war eine sehr anstrengende Zeit. Allerdings gab es auch schöne Momente, nur zu wenige. Es war emotional viel los bei mir. Es war eine Erfahrung, die ich noch nie hatte. Es war turbulent. Wenn man als Nichtraucher zu Zigaretten greift, weil man es sonst nicht mehr aushält, dann heißt es was. »Sommerhaus der Stars« Vanessa Envatu hat sich nichts vorzuwerfen. Vanessa Envatu ist überzeugt, dass die Ausstrahlung bei allen Paaren noch einmal aufreißen wird, was passiert ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Ich glaube, man muss es sich diesmal selbst anschauen. Für sie selbst werde die Ausstrahlung an manchen Punkten definitiv hart. Und weiter. Ich denke dennoch, dass ich immer ich war und nicht allzu schlecht abgeschnitten habe. Ich muss mir nicht im Vorfeld schon Sorgen über die Darstellung und den Schnitt machen. Das, was passiert ist, ist passiert. Klar, kann man den Kontext nicht immer darstellen, wie er war, aber da kann sich jeder zu äußern. Sachen, die dort gesagt wurden, kannst du nicht rückgängig machen. Da ist ja schon richtig Feuer dahinter. Wir sind gespannt auf die Ausstrahlung. Los geht es am Dienstag, 19. September um 20.15 Uhr auf RTL.